So, dritte Runde und so. Und wenn dieser Part draußen ist, dann beginnt offiziell dieses Hin- und Her-Wechselschema. Ein Part bei mir, ein Part bei GameTV, der immer noch dabei ist. Können wir das so machen, dass ich, wenn der Part jetzt draußen ist, dann ab des Beginnens. Und, ähm, bitte, also ich bin auch ein Reiter, bitte, bitte, jammert nicht, falls in Tat nichts kommt. Wir sind immer noch Schüler. Studenten. Schüler, wir studieren noch nicht. Wir studieren noch nicht, Alter, schon wieder Fram-Zusammenbruch. Okay, sind wir im gleichen Team, wir sind... Nein. Oder? Was? Was, du bist Dritter? Ich bin der letzte Alter. Oh, das Born-Fahrzeug, ich will da rein. Geiler Scheiß, ich fahre ein Fahrzeug. Bist du mein Team? Äh, ich bin im Angreifer-Team. Weißt du, wie man mit dem Auto lenkt? Ja, genauso wie man, also wie fährt man gerade raus mit AD links rechts. Äh, wie fährt man links rechts? Ja, AD wie immer geht. Ehe, mit dem Alter kompliziert, also kompliziert nicht, aber sehr schwer zu steuern. Dieser kleine Junge hat noch nie einen Ego-Shooter, sonst nicht, sonst nicht. Ja, doch einmal hab ich dir doch im letzten Part erzählt, das mit dem rechten. Ja. Und das mit dem rechten Pfeil, Taste 8, scheiß, ich veraut habe. Also nächstes Mal... Die überfahre ich! Ähm... Nächstes Mal spüren wir. Feind eliminiert! Alter, genial! Ich hab jemanden überfahren, 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 genial! Ja, und was bist du heute so? Also ich, ähm, heute, heute ist Sonntag, ne, heute ist Samstag, heute. Ja, es ist 1 Uhr, also ist es schon Sonntag, 1.35 Uhr, also ist es Samstag. Fuchs. Ich spiele Battlefield mit dir, wieso? Ähm, ich weiß es nicht. Ne, was? Der Biro. Der hab ich schon zum zweiten Mal so geschossen, dieses Schwein. Hab ich schon gesagt, das ist ne Basel. Vor allem den Silberarsch. Was für ein Silberarsch? Der hat Silberarsch. Keine Ahnung, wie man sie so nennen kann, aber... Alter, du bist fünfter. Okay, du, ich weiß schon, dass du die Challenge gewinnst. Ach, danke. Ich bin letzter und nicht fünfter. Na, du musst jetzt ganz oft sterben und da, ich, äh, tausend... Ja, fünf Kills soll es was machen. Ähm, dieses Spiel kann noch viel passieren, Felix. Ja, du kannst noch alles wenden. Ja, das geht sogar nicht, das wird so, ne. Nee, ich weiß. Was, der heißt tschechen Piki? Ich hab schon gemeint, der heißt tschechen Piki. Gehen, gehen, gehen. Das wäre jetzt so... Ja, ich gehöre zu dir nach dem, Bro, alles, was geht. Ich geh rauf, Bro. Ich geh rauf. Ich opfere mich fürs Team. Ganz ehrenvoll. Ich bin auf dem... Und schieße andere Leute ab. Nein. Ich brauch Raps. Ich hab ganze Zeit daneben geschossen. Ich hab ganze Zeit daneben geschossen. Ähm, hast du eigentlich mehr Deutsche, ähm, Abonnenten oder ist das unterschiedlich? Weil, was ja nicht, man sieht das. Abonnenten wird bei mir irgendwie nichts angezeigt. Ähm, ich weiß nur Aufrufe. Da hab ich, ja, 90% Deutschland. Dann so 6% Österreich, 1% Niederlande und 1% Schweiz. Und Belgien war, glaub ich, auch noch 1%. Mhm. Aber, ganz ehrlich, das sind 3 Aufrufe. Ja, okay, nee. Ich hab ja schon meine 24.000 Aufrufe. Also, das sind so 100 Aufrufe aus der Niederlande. Und, ich kenne auch ein paar Leute aus dem Niederlande. Also, ja. Und du? Wie schieße jetzt mit dem Movie Street aus? Movie Street. Ja, ich glaube, das war so. Also, ich glaube, die 30 und 30 Abonnenten kann es sein. Fall eliminiert und gibt es und gestorben. Ja, da sie auch nennen. Aber wie kommen irgendwie dazu, dass wir Filme drin sind? Ich hoffe, dass, ähm, Komboll. Ja, das ist, du müsst jetzt auch, äh, die Sphären sind jetzt vorbei. Ja, wir wollten so voll in die Sommerferien. Also, was haben wir geschafft? Gar nichts. Ja, ich hab dir auch vor, wie du zu tun bist. Ich hab zwar ein paar Gegenwacht, aber nicht so viel. Alter, ich brauch echt der beste Waffe, Mann. Ja. Ja, Kill. Oder? War's ein Kill? Keine Ahnung. Ja, das war Kill vom, äh, vom Gegner, weil der ist genau frisch, das war halt gut. Oh, ich bin langweilig. Wie ein paar von denen echt wie Talibahn aussehen. Ja, jetzt anspielen. Alter, musst du aber schon sagen, dass du... Das ist ein paar nicht mit mich nicht, Mann. Ja, nix. Na, na, sag ruhig, ich will, ich will nicht, ähm, ähm, dass deine Produktivität auf dem Spiel... Welche Produktivität? Ha? Welche Produktivität? Fuck. Die, die du jetzt mit diesem Spiel... uns... Ja, ich bin ein Künstler. Teiligst, keine Ahnung. Alter, Waffe. Wie kann man eine Waffe aufheben? Äh, gar nicht. Da steht was. Da steht was am Boden, dass ich was aufheben kann. So, keine Ahnung, E... Ne, mit Erde mal nachladen, mit E... macht man nichts. Lange Erde. Nein! Na, A, D, S, X... Das war eine... Bombe, Scheiße! Äh, was kommt ins Best-of-Video? Video, Video... Oh, ich krieg wieder ein Auto, kann ich wieder Leute überfahren? Aber mich, mich wundert's, ich hab... Ich wollt schon sagen, also, ich hab schon... Drei oder vier Leute umgebracht und Autofahren gelernt. Normalerweise... Also, ich stell mich wieder grad'n bisschen behindert an. Vorsicht, Vorsicht, nein, ich will wirklich überfahren! Nein! Ihr gehört noch zu mir! Fuck, 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 fuck! Nein! Ich drück' mal, 11! F! 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 Ah, ja! Ja, dann komm' ich von... Dann seh' ich mich von vorne! Also, das Auto von vorne, das ist der Rückspiegel! Bitte, oh, kein Arsch! Oh, ups! Na! Ja, das soll nicht so gut! Das habt ihr nicht gehört? Ich bin jetzt aber... Nein, also, ich bin jetzt! Also... 113 nur! Acht! Acht! Du... Ungekippt! Du hattest gerade ein Unfall! Oh! Ja, nix für nix ist gefallen! Durch ein Unfall! Hahaha! Hey, das kommt unbedingt bei der Company spielen! Endlich! Mal! Ich kauf's dir unbedingt! Hauptsache, wir spielen, wir spielen nur noch! Das ist so... Herablass, was? Da kann man nix zerstören! Das gefällt mir nicht! In Badcom! So! In Bad... Ist Battlefield dafür bekannt, dass man die Ungeben zerstören kann? Ja! Eben! Wichtig erkannt! Also, glaube ich zumindest... Ja, ich... Ich... Ich hab schon ein paar Battlefield... ähm... Let's place von anderen... YouTubern angeguckt! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Und... Hilfe bei kritischen Kill! Ich hab 4.0 Punkte! Ja, fuck! Vorletzter! Und du bist siebter! Was zum Teufel! Ähm... Und... Ähm... Ja... Macht es eigentlich was aus, dass wenn mein Team gewinnt, habe ich dann die Challenge gewonnen oder ist das mit der Tabelle immer noch gleich? Oder machen wir das der mit der... Mit der... Keine Ahnung, wenn du... Welchen Team man ist... Gebrot gewinnt! Wenn du ein schlechter Verlierer bist, dann... Mir wurscht! Das war eine... Garte... Dann! Fra... Ach, das bist du! Hilfe bei Kill Plus 30! Scheiße! Den hab ich nicht mehr gesehen! Wenn du? Ja, also wir können... Ähm... Yeriho77 und ich hab geholfen, dass du stirbst, also... Ja, danke! Bitte! Ja, gut! Dann macht man das nicht so! Ja, ich wollte nur nachfragen! Ja, wir müssen euch jetzt entweder neunmal töten und ihr habt verloren... Oder... Ihr sprengt jetzt bald weh in die Luft! Na, warte mal! Andersrum! Ja, wir sind die Angreifer! Na, warte mal! Wir müssen schützen! So richtig... Ja, wir haben schon... Wir haben schon eine Funkstation... Ähm... Klar gemacht! Also... Wir haben die Hälfte schon! Also, wenn wir euch jetzt fünfmal töten, dann haben wir... Ja, wir müssen... Ja, wir müssen... Ja, wir müssen schützen! 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 Und... Ja, wir müssen schützen! Ja, ich bin jetzt mal... Ja, wir müssen schützen! Ich kann nicht schützen, ihr... Schützen! Ich bin aus dem Areal rausgegangen, warum? Haben wir das denn gemacht? Sieht bei ebenso! Ja, aber warum hast du mir ein Areal könnte dann...? Und der erste Teil ist kaputt, oder? Nein, wir sind die Angreifer. Euer erstes Teil ist kaputt. Genau, jetzt müssen wir 94 fallen. Ähm, steht da auch irgendwo die Zeit. Nein, es gibt kein Zeit. Es gibt nur Tickets. Ja, finde ich auch. Kann man mit Tevas... Ja, man kann mit Tevas in den Chat schreiben. Okay. Ich habe jetzt wegen Minecraft gedacht und so. Also so kann sehr schnell die Shift-Taste kaputt gehen. Ja, genau. Ist das jetzt ein ganz... Geil, Alter, das muss auch in ein Fakt hin zu ein. Bist off wirklich. Hier lau' ich die laute, bist off, meine lieben Zuschauer. Wow, wow, wow. Ja, man! Das warst du! Ja! Alter, Traum erfüllt, Mann. Äh, Trasta und so. Traum erfüllt, Mann. Traum erfüllt. Ja, Alter, ich hab die umgebracht. Und ich bin trotzdem letzter. Ich bin letzter, ja. Und du bist... 5. Wie machst du das? Wie hast du eigentlich umgebracht? Keine Ahnung, steht doch dort. 9. Und 3. Okay. Ja, okay, ich bin 7 Mal gestorben. Ich bin... 12 Mal? Ja, ich bin 12 Mal gestorben. Ah, verdammt, ich bin schon wieder... Ich bin tot. Ne, ich bin grad noch... Ich bin schon wieder aus dem Areal rausgelaufen. Ja, ich bin... Ja, normalerweise ist der irgendwie... So bad company ist... Also bad company ist... Was kommt noch nicht mehr damit aufhören? Ja, okay, falsche Richtung. Ich hab's gemerkt. Hallo. Ich bin nicht jemanden bestraft. so okay ich bin ja wieder auf dem Schlachtfeld können auch gerne in den Kommentaren schreiben ob das wirklich so schlauer ist Mediziner zu arbeiten ich glaube ich will meinen Job wechseln deswegen das ist ja der Genie in Bad Company kannst du im Spiel immer wechseln zwischen vier Klassen ich weiß ich weiß ich was viel mehr Waffen und viel schöner Alter das ist kostenlos wir haben es jetzt nur rein spontan gemacht das musste jetzt ja komm okay bis wir ein ordentliches Spiel haben spielen wir das noch und wenn wir ein ordentliches Spiel haben, dann können wir ja das let's play wer hat mich erschossen von wo ich bin schon 30 mal abgeschossen von dem der was genau auf der gleichen Rang war oder ja von Kopp-Mortal weißt man das so ausspricht das ist scheißegal schon mal gut für die Aufrufe die sie bekommen wahrscheinlich null als Koppel ich schaue es mir immer selber an die wir haben besorgt wir haben hier aber ich muss ja immer überprüfen, ob auch alles passt mit dem Intro, mit dem Ton. Ja, das mach ich. Und, ähm, das muss man ja auch irgendwie umgestärkt. Ja, ich hoffe, ich hab dich getötetet. Im gleichen Moment hab ich 4 gedrückt. Nein, das war Pup, 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 Eta, Elite 35. Ich hab die in der Linse gehabt. Ja, naja. Äh. Aber ich glaub schon, dass das mir Zeit geht, weil ich bin schon 14 Mal gestanden oder so. Entschuldigung, Entschuldigung, Kürste mehr. Ja, das kostet 60 Euro, das hab ich nicht und ich glaub nicht, dass man Computer das aushält. 40 Euro, ja. Also, die nicht Premium-Werden. Ja, also sofort bei Company für 3 Euro-Kaufmaß, 2 Euro, ich koste dir, weil, du bist der Bestand Körner kommt Felix ich will nicht dass du es kopf das ist wir haben es den Start hat sich dagegen sich zu dagegen wir haben es schon scharf gemacht auch doppelt mein doppelter Traum kann verlosig unter diesem Video eine Pädenkarte mehr von 2 Euro. Wer will sie haben? Oh, ich geh jetzt baden. Ja, 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 ich bin cool. Ja, 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 okay, ich geh raus. Wer will sie baden? Scheiße, ja, ihr habt die mobile Funkstation im Land. Ja, oh, Kopftreffer. Oh, ja, haben wir. Ja, das habt ihr, ihr Arsch.